Wie klingt Musik in gut 30 Jahren? Wird Musik 2050 überhaupt noch von Menschen gemacht? Ein 11. Jahrgang an einer Hamburger Stadtteilschule hat sich mit diesen Fragen ganz praktisch auseinandergesetzt. Ziel war es, am iPad in Gruppen mit Hilfe des Programms GarageBand eine solche Musikvision zu komponieren und bei Soundcloud zu veröffentlichen. Ich möchte den Blick auf die zwei Perspektiven Lernende und Lehrende lenken. Den Schülerinnen und Schülern kam besonders der explorative Charakter zu Pass. Es wurde halt wenig erklärt, aber viel selber ausprobiert. Das Projektziel an sich war motivierend und der Prozess versprach einen hohen Anteil an Selbststeuerung. Innerhalb dieses Settings konnten die Schüler die eigenen Fähigkeiten einbringen. Während eine Schülerin ein Instrument gut beherrscht, singt der andere Schüler gut. Und der dritte hat Erfahrung im Umgang mit DAWs, also Musikproduktion. Für mich als Lehrender waren drei Ziele leitend. Zum einen Reflexionskompetenz. Die Schüler hören konzentriert Ausschnitte aus Musik der letzten 1000 Jahre und leiten daraus Ideen für die eigene Musikvision ab. Sie können die Veränderung in der Musikästhetik beschreiben und diskutieren. So als Kompetenz auch zu finden im Hamburger Bildungsplan der Sekundarstufe 2. 2. Die Auswertung des Einsatzes von drei verschiedenen digitalen Werkzeugen im Musikunterricht. Denn ich möchte, dass digitale Medien im Musikunterricht zunehmend eine größere Rolle spielen. 3. Meine Schülerinnen und Schüler sollen gegenseitig ihre Stärken wahrnehmen. Gut ein Instrument zu spielen ist wichtig und hilfreich. Aber viele Kompetenzen tragen zum Gelingen eines Musikunterrichtes und zum Lernen über Musik bei. Nur vier Wochen, also circa zehn Doppelstunden, standen für das ganze Projekt zur Verfügung. Ich musste eine klare Vorstellung entwickeln, welche Phasen das Projekt zu durchlaufen hatte. Diese Phasen beleuchte und kommentiere ich in den Einzelvideos genauer. Zum Einstieg, vier Doppelstunden, sollten die Schülerinnen und Schüler das Projektziel verstehen. In stark lehrergesteuerten Arbeitsphasen vollziehen sie musikästhetische Rückblicke, kommentieren aktuelle Trends und nehmen veränderte Spielweise bei den eigenen Instrumenten wahr. Für den Kompositionsprozess hatte die Lerngruppe sechs Doppelstunden zur Verfügung. Hilfreich war hier besonders eine Zwischenpräsentation, bei der sich die verschiedenen Kompositionsgruppen Rückmeldung gegeben haben. Den Abschluss bildet die Veröffentlichung des Songs, zuerst im Padlet-Bereich der Lerngruppe und das Feedback der anderen Schüler und Schülerinnen in Bezug auf die visionäre Idee der jeweiligen Komposition. Eines meiner Ziele bestimmt darin, den Einsatz digitaler Medien in Rückkopplung mit Schülerinnen und Schülern weiterzuentwickeln. Hier gab es gerade in der Abschlussrunde, natürlich auch digital geführt, Hinweise, die auch in den weiteren Videos von den Schülerinnen und Schülern erörtert werden. So wurde der kooperative Aspekt der digitalen Medien hervorgehoben. Auch fiel es vielen Schülerinnen und Schülern leichter, sich anonym an der Mentimeter-Abfrage zu beteiligen. Digitale Medien scheinen also die Hemmschwelle zur Unterrichtsbeteiligung zu senken. Ich möchte ermuntern, sich anhand der Videos und des Materials mit der Idee dieser Einheit zu beschäftigen, die digitalen Tools auszuprobieren und dann für den eigenen Unterricht nutzbar zu machen. Auf Wiedersehen.